Okay, oh wie schön, jetzt hat er sogar Nachthintergrund, das ist richtig so. So muss das sein, genau so, keine blöde Wiese auf einmal, mitten auf dem Berg. Ähm, ähm, greifen wir mal ein Pier mal bitte an, den Revenant. Äh, scheiße, was, der hat doch noch 26 ge- Hä? Hä? Okay. Äh, äh. Äh, wir haben ihm die Axt angelegt und er braucht ein Schwert. Scheiße. Äh, das ist doof. Shit, naja, egal. Egal, das wird. Verdammt, ah, da braucht man sich nicht wundern, dass der Skill nicht mehr geht, wenn er dann eine Axt anhat. Was ist denn das für ein roter Strich am Felsenende? Hm. An der Klippe. Naja. Ey. Die Axt wird also gleich wieder ausgezogen? Boah. Ist ja nicht wahr. Drei Stück haben verfehlt. Liegt das an der Nacht, oder was? Ich schau den jetzt normal um. Los. Ja, Justin, sei vergiftet. Ist mir grad egal. Du kannst von mir aus auch verrecken. Na, fast. So. Äh, äh. Naja. Unachtsamkeit wird gleich belohnt. Unicorn Crown. Okay. So. Okay, die kann nur sie benutzen. Wow. Geiler Scheiß. So, du kriegst wieder deinen Falschirr, Falschirr, oder wie auch immer es jetzt ausgesprochen wird. Und du kriegst dein Mithril-Schild wieder. Ja. Wir haben noch eine Mithril-Rüstung. Ah nein, Armlet. Ach so, die, ah, okay, ja, klar, macht Sinn. Die anderen können keinen Armlet tragen, und ja. So. Ups. Er ist noch vergiftet gewesen. Ups. Naja, passiert. Den Justin-Streicher, den kann man mal vergessen. So. So. Jetzt sind wir wieder gut. Und gleich geht's dann weiter. Äh. Bum, bum, bum. Und da kommt auch schon ein Boss-Monster. Ja, MP-Refreshen. Beschiss. Das ist beschiss. Ist doch nicht wahr. Oh. Also was? Auf den Zack. Auf den Zack. So. Weg mit dem Revenant. Äh. Ja, ich sag mal wie, wie Revenant. Revenant? Revenant. Wer jetzt am Pfarrer gedacht hat, ist selbst schuld. Revenant. Revenant. Oh. Das ist, das ist bestimmt kein Zufall, dass das ist. So ähnlich klingt. Das hat bestimmt eine Verbindung. Na ja. So, nochmal die MP. Gucken wir grad mal nochmal in die Skills-Shards rein. Da haben wir ja ein bisschen Level-Up gemacht. Und die steigen ja extrem an. Aber. Nicht so extrem, wie ich es jetzt erhofft hatte. Na egal, du lernst mal Feuer. Ah, was lernst du? Restore, ja. So. Was? Das hat doch nur 100 ge- Ah. Okay. Ah, wiederbeleben kann sie nicht, wenn sie Restore machen soll. Aber Restore halt, glaub ich, die ganze Gruppe. So, was haben wir denn hier? Dynamite. Sword Shower. Hä? Ne, Moment. Ist Sword Shower dieser- Ne. Resonate Blade ist der AOE. Okay, genau. Hm. Dann bleibt das so, wie es ist. Und der gute Veto. Was kriegst du? Feuer weg. So. Hold back. 1.500, äh, 1.500. Das ist ein bisschen viel. Äh. Hm. So, wir nehmen einfach mal noch, äh, ja, Lightning, Spark, Lightning, Electrocute. Das nehmen wir mit, so. Und, äh, was noch? Päusen. Ja, das funktioniert wahrscheinlich eh nicht auf dem Boss. Ja, wir wollen hier weg. Danke. So. Dann schauen wir uns mal grad den Skill an. Äh. 800 auf alle. Sehr schön. Fire Slash. Okay. Okay, das hat da eben aber nicht so gestanden. Hm. Naja. Okay. Okay, wir sind gut. Auf geht's. What is strange that vibrant light emanates from the summit? There are voices chanting ahead. Could they be conjuring this magic? No, the parae is ancient. They cannot have created it. The sensation, it is familiar. Ich wollte grad sagen, das hört sich an wie damals auf der Insel, wo dieser lustige Kreis, genau das. Master Experius, we call out to thee, to thee, to thee, to thee, to thee, to thee, but accept our blood so that your will might be done upon the surf. Speak now, cultists, what is it you are doing atop Mount Periculum? This is a seal. They are draining its power for their own. The time of the time of the eclipse, if the eclipse was near, when you shall return to us. I've seen this before, back on Tuanan Island in the west. Take our lives, and let Jarvkin be set free once more as your servant. This is an evil witcher. We must stop these men at once. It's too late. The seal is broken. This power, it is overwhelming. It would appear, the magical pillar is no more, as are the cultists, uh, the cultists are, utterly destroyed, just like before. Why would such a magical wonder exist out here on the mountain? Somebody created it, and they must have been really powerful. But it was meant to keep an even more powerful being sealed away. Cry and lament your fate, mortals. The half-kind-earth-feant has come. So it was a demon those cultists worshipped and have set free? It's presence must be what attracted the undead to this peak. No matter, we will slay this foul abomination as we did its minions. The four friends cannot die. The four friends cannot die. We will not allow you or your master to work whatever evil plan you intend. What did your summoners mean about an eclipse? Ignorant as you are, I cannot allow you to live and seek the truth. You are lucky, mortals, for you will be my first feast in a millennium. Were I not starving, your pain and suffering might last for years. Okay, interessantes Model, ja. Aber ich hab irgendwie mehr erwartet. So, was haben wir denn hier? Äh, das funktioniert eh nicht, denke ich mal, weil's ein Boss ist. Und wir sparen's uns auch. Du verteidigst so. Hm. Testen wir mal den Fire Slash. Naja. Ähm, ja, greif nochmal an. Ist jetzt nicht so der Burner gewesen, ne? Dann mal Lightning. 307. Ah, ich will die Schwäche rausfinden. Vielleicht soll ich mir den Boss nochmal genauer angucken. Erde. Steht ja auch dabei. Äh. Naja. Was ist gut gegen Erde? Au. Bleed. Bluteschwein. Okay. Hm. Was haben wir noch? Ah. Benutzt es einfach so. Dann machen wir damit immerhin den meisten Schaden. So, das ist Erde. Was haben wir denn noch? Blizzard. Probieren wir's mal. Ui. Okay. Da bleiben wir wohl dabei. Äh, verteidigen. Okay, ouch. Aber verteidigen hilft schon gewaltig. Bam. Voll das Schwert in den Rücken gesteckt. Und zack. Boah. Ähm, ja, machen wir mal. Restore. Zack. Und du wieder Blizzard. Okay, Eis scheint gegen Erde effektiv zu sein. Das ist uncool. Ah, Mist. Das heilt nur alle. Shit. Na ja, das wird schon, wird schon hinhauen. Bam. Volle Lotte in die Hexe rumgestochert. Autsch. Klatsch, klatsch, klunk. Hört, sieht so aus, als würde er mit der breiten Seite des Schwertes draufklatschen. Komm schon. Komm an die Reihe. Puh. So. Ähm. Alter. Ähm. Remedy? Remedy. Sehr gut. Boah, ist die so schnell? Das ist ja nicht normal. Oh, ich dachte schon, das wäre jetzt verbuggt, dadurch, dass ich keinen bewegen kann, aber im Menü drin wäre. Haha. Das wäre jetzt echt gewesen, ne? Hallo, was spür das Schwert, Echse? Ähm. Achso, er war auf einmal dran. Hm, okay, gar nicht mitbekommen. Äh, Blizzard, so. Bam. Wir sehen, wir sehen die HP aus. Ähm. Cure of Eam. Au. Meredith, 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 Meredith. Okay, alles passt. Und sie ist vor ihm dran, yes. Äh, nein, Tactic Starless Slash. Hört sich zwar eher wie ein Po-Po-Po an, als würdest du mit der flachen Seite des Schwertes draufgnatzen, aber naja. Lassen wir es einfach mal so stehen. Was war das? Are you going to fire your laser? Ich könnte ja das Gift auch noch irgendwann heilen, aber, meh. Gerade irgendwie keine Lust dazu. So, greif an. Mach deine 300 Schaden. Yay. Sogar Bonus. Ey, du strengst dich richtig an, Justin. Okay, we start. Bam. Dein Schaden wurde negiert, hässliche Megaschlange. Haha. Oh yeah, schöne Sache. Ich würde schon scheiße sagen, aber es hat gepasst. Und jetzt können wir diesen dreihörnigen Mistding endlich den Po-Po versohlen. Hat das Ding überhaupt einen Hintern? Haben? Haben Schlangen eigentlich einen Arsch? Ich meine, sie haben ein Ende, ja. Aber haben die einen, haben die, bezeichnet man da irgendwas als Hinterteil? Nee, ne? So. Das hier hat kein, doch, das Ding hat einfach einen, der, der Po-Po ist das Gesicht. Ihr wisst, was für ein Gesicht das ist. Komm schon. Nein, nicht bluten. Das ist uncool. Außer du bist ein Emo. Dann ist das Blut natürlich hip. So. Das Vieh hält aber auch aus. Äh. Äh. Nicht angreifen. Nein, du heilst dich selbst, bitte. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Machen wir das halt allein, ohne die Gruppe. Kein Problem. Meredith Action. Okay, gleich wieder Marble of Action. Stardust. Dang, dang. Kann das Vieh mal sterben? Oh Mann. Ja, das gibt's ja nicht. Komm, jetzt aber. Es wird Zeit. Wow. Ich bin echt beeindruckt, wie stark die Gegner hier manchmal sind. Es ist gut, dass sie nicht zu wenig Leben haben. Ich hasse es, wenn Gegner zu leicht sind. Ach, gleich nochmal Restreuer. Au. Was das Vieh aushält. Äh, äh. Okay, er hat jetzt, glaube ich, eh keine MP mehr. Also ist das mit dem Silence vollkommen irrelevant. Aber, naja. Lassen wir ihm den Spaß. Okay, jetzt brauchen wir MP-Futter. Das ist uncool. Das ist echt uncool. Ähm, Item. Was war's? Äh, Tinktour, ne? Ja. Okay. Wir sind wieder gut. Ähm, ja, was machen wir? Ähm, Restore. So. Und du machst weiter Black Magic. Auf. Und ja, Justin macht wieder... Ach, der kann Gravica, oder was das war? Gravita. Ich hab's nicht genau gelesen. Ich weiß noch nicht, was das jetzt genau war. Ist er verwirrt? Dann müsste es Gravita sein, oder? So, das weiß ja der gute Clay immer wieder. Hm, Cure. Also wenn man das hier mit dem, äh, mit dem Warten ausgestellt hätte, dann wäre das wahrscheinlich um einiges schwerer. Aber ich bin kein Fan von diesem Nicht-Warten-System. Und deswegen ist das bei mir aus, das Nicht-Warten. Also Warten ist bei uns an. Hä? Oh cool, er kann doch noch. Und Silence betrifft ihn nicht. Ah, Silence gilt nur für Zauber. Und das ist ja richtig cool. Boah, das Vieh, das ist ja nicht normal. Ich mein, es ist immerhin eins der vier großen Vieh. Also, das muss auch so viel aushalten, ha? Kennt ihr das? Ihr habt das Gefühl, ein Vieh muss jetzt jeden Schlag, den nächsten Schlag mal sterben, aber dann stirbt es ungefähr 20 Schläge lang nicht und ihr wartet trotzdem jeden Schlag drauf, dass es stirbt? Äh. Das hört echt ziemlich gut aus. Ich frag mich, wie lange der Kampf jetzt schon geht. So, shit, jetzt hat er nicht mehr genug. Bam! Nicht weggekrittet! Och, komm schon! Ey! ich will meine Items nicht an dich verschwenden müssen. Naja, verschwenden ist es ja nicht. Aber benutzen. Haha, die ging daneben. Noob! Beto! Blizzard! 800! Shit! Hat sich das Vieh jetzt akklimatisiert? oder können Zauberkritten und das war der Fall? Naja, alles gut, wir haben das noch ziemlich gut in der Hand. Nein, nicht vergiften! Ah! Okay, wie machen wir das jetzt? Ähm, fang du mal mit Antidote an. Zack! Okay, das war auf den guten V2. Alles kein Problem, noch kein Problem. Meredith ist ja schnell genug. Aber ich verstehe, warum es jetzt, ähm, diese krassen Items gab. Oh yeah! I condemn the gods for blessing you with the power to defeat me. Without their aid, you are nothing but weaklings meant for slaughter. when Master Experius wanes once more, you will know this to be true. Now you had best run and hide, for I will return again in the future. And on that day I will hunt you down and have vengeance for this defeat. We will defeat you as many times as your Master dares recall you from the health you feared. Oops. If there are more cultists they will soon learn of this failure. Another ceremony is also planned. You heard their words of an eclipse. We must alert the king of Brittle Vale to their schemes at once. He has the power to root out their order and prevent more rituals. It's too late. Yavken is no longer chained to this mountain. Nothing remains to keep that demon banished in hell. At least it will take powerful magic and time to summon him again. Maybe we can find his master and defeat him before that happens. Yes, that will severe the demon's bonds with our world forever. That won't be the end of this. I fear this plot runs deeper. Why do you think this involves more than some sorcerer and his cult? It was Lord Altair of the Surigoth who destroyed the Tuan on seal. Or at least I'm fairly sure he only came up to the scene afterwards. Could he be releasing ancient towers to use against his foes? I cannot say what he's planning but clearly his intentions are evil. I only pray there aren't many more of these seals around the world. This merits further investigation. I will not allow the Surigoth to raise an army of demons. We can do nothing stranded out here in the wilderness. Let us hurry down the mountain and head east across the plains of Bridal Vale Castle. Shit, we sind vergifted. So, weg mit dem Gift. Einmal restaurieren. Einmal speicher heranzieren. Was? Ich hab dich doch entgiftet. Was soll das? Stell dich nicht so an. Ich hab dich auch nicht entgiftet. Was? Hab ich euch geheilt? Och, ich weiß es nicht mehr. So, jetzt kein Gemecker mehr. Was haben wir denn hier? Nix. Ganz viel davon. Yay. Ah gut, in einem bestimmten Spiel wäre das ja sogar gut. Aber das spielen wir halt eben nicht. Das spielt die gute Negoja. Und das Spiel heißt Blue Dragon. So. Einmal Licht machen, auch wenn es nichts bringt. Okay. Hier geht's noch ein bisschen weiter. Dieser Bosskampf war interessant. Nicht zu intensiv, aber hat sich gezogen. War aber auch nicht zu leicht. So ist es nicht. Oh, eine Fackel. Hui. Wenn wir doch Feuermagie haben, warum können wir dann nicht dauerhaft Feuerzauber, äh, einfach so hier, feuerbändigungsmäßig eine Flamme in der Hand tragen? Na ja. Don't question it. So. Ne, lass mich hier hoch. Und hier vorbei, da ist genau das, was ich gedacht habe, eine Truhe. Die Vitamine sind wichtig, Leute. Esst immer euer Gemüche. Okay. Unsere Pferde stehen jetzt ganz einsam da hinten rum. Mh, naja, die kommen wir noch zu. Naja. Die holen wir irgendwann später aufs Luftschiff oder was auch immer wir kriegen. Ich hoffe, es wird ein Luftschiff sein. Lacuna. Okay. Speichern wir hier mal eine Runde und gucken mal hier in die Büsche. Da könnt natürlich Oh oh. Och Gott, nur das. Ich wollte gerade sagen, da könnte natürlich noch etwas drin sein. Etwas Interessantes, Starkes, aber naja. Das war unnötig. Das Letzte. Naja. Egal. Hauen wir ihn jetzt so um? Komm, Glenn. Ich zeige ihm, wo denn. Okay. Och, Mann, oh. Ähm. Stirb. Ha, ha. Wehtu ist mir was gut. Ha, ha. So, wo waren wir denn? Na, hier noch nicht. Okay, hier scheint nichts zu sein. Na dann. Auf nach Lacuna. Wie auch immer. Voll den Rhythmus verfehlt, aber wir haben hier irgendwo ein Buch und das wollen wir natürlich haben. so. Lass mich mal schauen. Da ist kein Buch. Hm. Ah, wieder ein Waffenshop und so. Also, wenn die jetzt wieder besser sind, ne? Ist doch nicht wahr. Naja, nicht wirklich viel besser. Also, so viel zum Thema. Wir haben aber auch keine guten gefunden. Das muss man ja jetzt dazu sagen. Wir haben keine Waffen gefunden. Naja. Egal. Alles gut soweit. Hm, was haben wir denn hier? Okay. Wenigstens sieht die Stadt mal richtig anders aus. Sie ist grün, sie hat ganz andere Häuser. Ist was anderes? Was hast du zu sagen? Es ist ein schwerer zu hoch nach Silvavikus. Ihr seid auf eine Reise? Adventurous? Sehr gesprächig. Ihr müsst in Silvavikus in den Räumen besuchen. Oh, bequiet und eat your lunch. Warum? Als ich jung war, haben wir alle Reise in der ganzen Welt. Keine geht woanders. We mainly grow crops here outside the city walls. Na dann, dann grow die crops mal weiter. Das ist das Buch. Stehlen, 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 stehlen ist nicht gut. Wann können wir die denn bitte benutzen? I have no idea what those pirates are doing, but they ran through the books like madman. I hope they didn't leave a mess. Okay. Das ist gut vuod, Maim. Fish, mein favourite. That reminds me. Let's go fishing at the pond, Captain. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal.